Hier in dieser Playlist siehst du nun eine Fülle an Schüler-Videos. Meine Schüler, die sind nicht einfach auf sich alleine gestellt, sondern die haben die Möglichkeit, Videos von ihrem Spiel, von ihrem Üben hochzuladen und ich kommentiere diese Videos und helfe ihnen weiter, gemäss der Zapiano-Methode. Viel Spass, beim Anschauen.